The Creator Nach Rogue One war es ein wenig still um Gareth Edwards geworden. Nun erscheint mit The Creator sein neuster Science-Fiction-Blockbuster im Kino. Ob der Film die hohen Erwartungen erfüllen kann, erfahrt ihr in unserer Kritik. Die Story von The Creator Ein atomerer Schlag einer künstlichen Intelligenz hat Los Angeles in Schutt und Asche gelegt. Daraufhin erklären die USA sämtlicher nicht-menschlicher Intelligenz den Krieg. Seitdem wird sämtliches Militärbudget in eine Raumstation namens Nomad gesteckt, die aus dem All weltweit KI ausfindig machen kann. Als jedoch droht, dass der Krieg endgültig verloren wird, beauftragt der US-General Andrews, gespielt von Ralph Innocent, gemeinsam mit Colonel Howell, gespielt von Alison Jenny, den ehemaligen Undercover-Agenten Joshua, gespielt von John David Washington, um die bisher gefährlichste Waffe des mysteriösen KI-Architekten Nirmata ausfindig zu machen und sie zu zerstören. Zwar ist Joshua noch immer psychisch instabil, da er fünf Jahre zuvor seine große Liebe und Ehefrau Maya, gespielt von Gemma Chan, bei einem Einsatz verlor, doch dennoch willigt er in die Mission ein. In New Asia, der Ort, an dem KI nicht nur geduldet, sondern willkommen ist, findet Joshuas Team allerdings eine Überraschung vor. Die KI-Waffe entpuppt sich als kleines Mädchen, gespielt von Madeleine Una Wiles, nach deren Leben fortan das Militär trachtet. Der beste Science-Fiction-Film des Jahres? Nicht wenige waren enttäuscht, als der für den November 2023 angekündigte Dune Part 2 auf 2024 verschoben wurde. Die epische Sci-Fi-Saga von Denis Villeneuve war innerhalb der Film-Bubble heißer Anwärter auf den Film des Jahres. In diesen inoffiziellen Wettbewerb steigt mit The Creator, ein lange Zeit eher beiläufig wahrgenommener Underdog ein. Regisseur und Drehbuchautor Gareth Edwards liefert nach seinem Star Wars Inbetween L Rogue One erneut Science-Fiction-Kost der gehobenen Klasse ab. Als Originalstoff ohne Franchise im Rücken, mit etwas weniger Rückenwind ausgestattet, schaffte es der Film allerdings dank erster euphorischer Stimmen, einen zwar späten, aber dennoch wahrnehmbaren Hype hinsichtlich seiner Qualität zu kreieren. Ist Edwards demnach der Film des Jahres gelungen? Die schwierige und differenzierte Antwort liest ihr bei uns. Zunächst zu den Stärken des Films. Dank Stammkameramann Greg Fraser, der hier von dem zuvor eher in Kurzfilm aktiven Oren Soffer unterstützt wird, sieht The Creator einfach fantastisch aus. Die zumeist on-location gedrehten Szenen wirken dabei griffig und nicht mit CGI zugekleistert, auch wenn es selbstredend in jeder Szene zur Verwendung kommt. Ähnlich wie bei seinem Ausflug in die Sternenkrieg-Saga schafft es Edwards zudem, seinen Bildern eine Rohheit und Dreckigkeit zu verpassen. So sind nach Explosionen Trümmer, Staub und andere Überbleibsel zu sehen und zeigen die Auswirkungen von der aus dem All zuschlagenden Nomad-Militärstation dadurch sehr plastisch. Audiovisuell macht der Film einen starken Eindruck, die Musikauswahl aus Songs und Score passt ebenfalls perfekt. World Building Deluxe. Eine weitere Qualität zeigt The Creator, wenn es darum geht, eine Welt zu erschaffen, die man auch spüren kann. Sei es in Wäldern, Großstädten oder anderswo. Man bekommt in nahezu jeder Szene nicht bloß einen Eindruck oder Ausschnitt der Welt, sondern hat das Gefühl, man erlebe sie auch. Dazu gesellen sich kleine, aber effizient eingesetzte Ideen. So zeigt Edwards unter anderem ein Gerät, mit dem das Bewusstsein von Toten für kurze Zeit in eine künstliche Intelligenz portiert werden kann. Kommt dieses zum Einsatz, erlebt das Publikum emotionale Gänsehautmomente in mehreren Facetten. Und wenn dann noch Selbstmordroboter über die Leinwand rennen, zeigt der Film die Kombination aus technischer Finesse und cleverer Umkehr der Realität. Denn während in der Realität zumeist Selbstmordattentäter den Westen angreifen, kehrt Edwards dies geschickt um und lässt den Westen, beziehungsweise die US-Seite, ähnliche Instrumente nutzen. Und auch wenn Edwards selbst bereits die großen Vorbilder im Sci-Fi-Genre benannt hat, sieht man in den Metropolen die Blade Runner-Anleihen überdeutlich. Doch besser gut geklaut, als nur rudimentär selbst erschaffen. So zumindest könnte man es zusammenfassen. Denn obgleich einiges bekannt aussieht, hat man als Zuschauer in nie das Gefühl die Welt Ende bereits mit dem Bildausschnitt. Auch die Action-Momente funktionieren und sind abwechslungsreich inszeniert. Zudem agiert mit John David Washington ein charismatischer Hauptdarsteller, dem es allerdings nicht vollständig gelingt, den gebrochenen Helden zu geben. In den Nebenrollen können Alison Jenny, Ken Watanabe oder Ralph Innocent überzeugen. Mit Madeleine Una-Woyles konnte außerdem eine Kinderdarstellerin gefunden werden, welche die Entwicklung ihrer Figur Alfie beängstigend gut spielt. Die Beziehung zwischen ihr und Joshua leidet allerdings lange Zeit ein wenig unter ihrem rein funktional angelegten Charakter, wodurch das Duo Joshua Alfie auch die eher zähe zweite Stunde des Films nicht ganz wettmachen kann. Die kleineren Schwächen von The Creator Denn lange Zeit fokussiert sich Edwards auf die Story von Joshua und Maya. Die Liebesgeschichte funktioniert allerdings über weite Strecken nur bedingt, weil ihr zu Beginn zu wenig Raum gegeben wird. Zwar müht man sich anschließend, durch Rückblenden zu verdeutlichen, wie groß ihre Liebe war oder ist, doch erst gegen Ende machen sich diese etwas formelhaft eingebundenen Szenen bezahlt. Generell arbeitet Edwards, wie es sein Landsmann Christopher Nolan ebenfalls gern tut, mit vielen Vorausdeutungen und wiederholt Szenen im späteren Verlauf des Films, um Figuren oder Handlungen in einen neuen Kontext zu stellen. Leider sind diese Story- und Charakteranwendungen nicht sonderlich überraschend und so versanden diese Momente stellenweise. Erst gegen Ende bereichern diese Momente den Film und erzeugen einen zwar späten, aber recht effektiven emotionalen Punch. Davon profitiert dann auch die Beziehung zwischen Joshua und Alfie. Den angesprochenen Durchhänger in der zweiten Stunde verursacht Edwards auch durch die Kapiteleinstellung seines Werkes. Inhaltlich ist dieser vermeintliche Kniff weder besonders wertvoll noch geschickt, da das Pacing ein wenig ins Stottern gerät. Ohnehin wirkt es, als habe man das alles bereits einmal in ähnlicher Form gesehen. Dadurch fehlt der visuellen Opulenz ein inhaltliches Gegengewicht und die Rollenverteilung in Gut und Böse ist ein wenig eindimensional. Unser Fazit zu The Creator. Mit seinem 80 Millionen Dollar günstigen Film erschafft Gareth Edwards einen visuellen, beeindruckenden Blockbuster. Es macht sich in jeder Szene bezahlt, möglichst viel an echten Drehorten gearbeitet zu haben. Denn in Sachen Optik ragt The Creator aus der Vielzahl an Genrebeiträgen heraus. Doch der visuellen Brillanz vermag er kein adäquates erzählerisches Gegengewicht entgegenzusetzen. Die Dialoge sprühen ebenso wie die Handlung nicht vor Kreativität und so sind die meisten Wendungen weniger überraschend, als es den Anschein erwecken mag. Wer sich allerdings an dem Bilderrausch nicht satt sehen und ein durchaus patentes Worldbuilding bestaunen mag, sollte dringend die Kinokarte buchen. Denn auch wenn es mittlerweile zur Floskel verkommt, The Creator sollte man auf jeden Fall im Kino gesehen haben. The Creator erscheint am 28. September 2023 in den deutschen Kinos. Unsere Wertung 4 von 5 Toastscheiben.